Hallo meine Lieben, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Hallo liebe Zwillinge. Ja, willkommen zu der Monatslegung. Der Oktober ist da und wir schauen mal, was auf die Zwillinge zukommt. Also wenn du im Sonnenzeichen, Mondzeichen oder im Aszendenten Zwilling bist, dann könnte das für dich hier interessant sein. Es ist eine kollektive Kartenlegung, also bitte, es ist immer noch wichtig, dass du alles auf deine Situation umlegst. Und ich möchte mich zu Beginn noch einmal von Herzen bedanken an alle für alle Likes, alle Abos, die Kommentare. Das motiviert mich weiterzumachen. Vielen, vielen lieben Dank. Ich verbinde mich nun mit den Zwillingen. Ich verbinde mich mit dem Kollektiv, mit den Zwillingen in Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Aszendenten. Und mit dem Monat Oktober, was kommt auf die Zwillinge zu, was zeigt sich und worum geht es. Und ich werde das kätische Kreuz legen, mischen, auslegen. Wenn du das überspringen möchtest, dann hast du unten den Timeslot und gelangst direkt zu leben. Was kommt denn auf die Zwillinge zu? Jetzt habe ich schon runtergeguckt. Ich wollte es gerade umdrehen und dachte mir so, nein, das machst du nicht. Wir legen es doch verdeckt auf. So. So. Okay. So, die Linnemark-Karten, die mische ich schon mal, ziehe ich aber gleich. Liebe Zwillinge, das Erste, was mir kommt, ist tatsächlich das Gefühl von Fernweh. Das Gefühl von irgendwo hinzugehen, in die Wärme zu gehen oder wenn es nur die Herzenswarme ist. Also es ist so ein Gefühl von, ja, so ein bisschen geprägt mit Sehnsucht nach Herzenswärme. Vielleicht auch Sehnsucht nach Urlaub. Mir wird halt ein wunderschöner Ort gezeigt mit Sonnenuntergang, mit einem Meer. Also das kann jetzt viel bedeuten, aber ich fühle hier schon diese Sehnsucht nach einer Umarmung auch. Wir schauen jetzt mal, liebe Zwillinge, was zeigt sich hier für dich im Oktober? Spiegelung des Themas. Die Sechs der Kelche. Die Sechs der Kelche ist die Karte der Erinnerungen, der Themen aus der Kindheit oder dass wieder etwas kommt, was du vielleicht schon mal in der Kindheit erlebt hast. Die Karte steht auch für das innere Kind, für Erinnerungen, Erlebnisse aus der Vergangenheit. Ich ziehe direkt mal eine Denrahrkarte auf die Sechs der Kelche. Worum geht es da? Und das Glück. Ja, das passt ja so ein bisschen, was ich so erhalten habe, dieses Gefühl, glücklich zu sein, eine Umarmung. Als Kind hatte man ja auch immer, wenn es einem nicht gut geht, wollte man eine Umarmung von Mama oder Papa haben. Man wünscht sich hier glückliche Zeiten. Vielleicht wünschen sich manche auch wieder die Vergangenheit zurück, weil man da glücklich war. Oder manche von euch sind bestimmt auch froh, dass die Vergangenheit rum ist und dass man jetzt hier glücklich sein kann. Also sowohl als auch bekomme ich hier. Wir schauen jetzt mal, welche Karte es hier kreuzt. Vier der Schwerter. Okay, das ist die Energie von Stillstand, Auszeit, Rückzug. Vielleicht bist du gerade aktuell einfach erschöpft. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht willst du Ruhe. Das könnte wieder die Sehnsucht nach einem Urlaub sein zum Beispiel. Dass man sich einfach mal eine Pause gönnt. Dass man sich manchmal alte Zeiten zurückwünscht, weil die vielleicht leichter waren. Eine Klärungskarte. Ja, ein langer Weg. Also es kann gut sein, dass du aktuell ein bisschen ausgepowert bist. Dass du weißt, okay, vielleicht ist es gerade eine anstrengende Zeit und das wird auch noch ein bisschen so weitergehen. Und ja, früher war es vielleicht ein bisschen einfacher. Früher war es vielleicht harmonischer. Aber letztendlich weißt du, dass es hier notwendig ist, dass du deine Energie auftanken musst. Deine Einstellung zu dem Thema. Das ist der Teufel. Es kann gut sein, dass du aktuell, dadurch, dass du auch so ausgelockt bist, in Abhängigkeiten bist. Vielleicht ist gerade eine Situation oder eine Phase in deinem Leben, wo du abhängig von Menschen, von Substanzen, vielleicht auch für wenige von euch, abhängig aber von Konstellationen und Strukturen bist. Und das nimmt dir Energie, das weißt du, aber das liegt hier in deinem Bewusstsein. Deswegen fühlst du dich ausgelaugt, deswegen fühlst du dich erschöpft, aber ja, du weißt, du weißt, wo der Teufel liegt bei dir. Im Unterbewusstsein haben wir die Fünf der Stäbe. Und das ist natürlich die Konfliktkarte. Das heißt, du weißt, dass es anstrengend ist, dein Unterbewusstsein weiß es aber auch und es will kämpfen. Also, das ist so, als würdest du mit dir selber ringen. Also, eigentlich zeigt sich hier was Schönes, aber es zeigt sich hier eben auch, dass das Schöne immer zwei Seiten hat. Und das ist so gerade das, was ich auch wahrnehme. Und ja, es ist ein bisschen mit sich selbst ringen. Was ist hier das Richtige? Sich vielleicht an den falschen Stellen auch durchsetzen. Also, es kann sein, dass du halt sehr gereizt bist aufgrund von dieser Situation. Oder das, was die Energie zieht, dass du gegenüber anderen auch gereizt bist, obwohl das gar nichts mit den anderen zu tun hat. Du bist hier immer irgendwie auf Kampfhaltung angespannt. Und das irgendwie in jedem Bereich in deinem Leben, obwohl es für die meisten eigentlich nur ein Bereich ist, wo der Teufel halt liegt oder wo du halt, ja, keine Kraft, keine Energie mehr hast. Etwas aus der Vergangenheit, was Relevanz hat jetzt noch für die Situation, das ist der Herschauen. Und da bekomme ich gerade so rein, eigentlich magst du es sehr strukturiert. Du magst, wenn alles geregelt ist. Du bist jemand, der hat gerne den Überblick vielleicht sogar. Ich meine, du bist ein Luftzeichen. Du bist der Zwilling. Das passt schon ganz gut. Aber es kann hier halt auch sein, dadurch, dass du dir selber nicht mehr und anderen auch nicht mehr gerecht wirst, weil hier eine Situation ist, die sehr anstrengend für dich ist, dass du dir innerlich halt selbst diesen Druck machst, in diese Herrscherenergie zu kommen, obwohl du einfach eigentlich eine Auszeit brauchst. Also du brauchst hier wirklich eine Erholung, eine Pause oder wirklich das Loslösen von dem Teufel. Was kommt denn auf die Zwillinge im Oktober als nächstes zu? Das ist schön. Zwei der Kelche. Zwei der Kelche ist der Zusammenhalt. Das ist das Zusammenarbeiten, eine Einheit sein, mit jemandem Hand in Hand gehen, etwas gemeinsam anpacken, etwas gemeinsam lösen. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne, harmonische Energie. Wir haben auch die Linnemore-Karte, die für dich steht, egal ob du als Mann oder Frau zusiehst. Das ist die Hauptkarte. Das heißt, du bekommst hier Hilfe und Unterstützung. Vielleicht ist es so, dass ein Herzensmensch in deiner Nähe dir hilft. Oder ja, dass ihr sagt, wir machen das jetzt gemeinsam, ich habe eine Idee. Aber der Fokus, der wird hier auch dann auf dich stattfinden, beziehungsweise auf vielleicht euch beide sogar. Was haben wir denn hier noch viel Geld gewinnen? Das ist für mich, das schließt das ab, weil es jetzt positiv ist. Also es geht hier wieder in die Erleichterung, in das Positive. Wir haben hier, ach, das ist so ein bisschen wie das Bild, was ich zu Beginn bekommen habe, hellsichtig. Das ist hier, ne, die Sonne, beziehungsweise hier sind es die Hände, aber dieses Mehr-Sonnen-Untergang. Also vielleicht macht ihr zu zweit eine Auszeit oder gönnt euch eine Pause. Auf jeden Fall wird das ein Gewinn für dich, also es wird dir wieder Kraft bringen. Sehr schön. Deine Einstellung zu dem Thema. Ja, das ist die Burnout-Karte. Ne, die Fast-Burnout-Karte. Also du bist kurz beim Burnout. Nein, Spaß beiseite. Das ist die Neun der Stäbe. Das ist die Last, die du trägst. Das ist das Erschöpftsein, nicht mehr können, sich zu viel aufladen auch. Und ja, das ist aber auch so ein bisschen, man hat da schon lange vielleicht ein bisschen zu viel aufgeladen. Man ist hier so ein bisschen gebranntmarkt, sage ich immer ganz gerne. Man fragt sich so, soll das jetzt so weitergehen? Also du bist dir das natürlich schon bewusst, das liegt auch hier. Was kommt denn von außen auf euch zu? Wie schön, die Liebenden. Und das ist hier wieder die Energie von den zwei der Kelchen, die Liebenden. Es kommt Unterstützung, liebe Menschen, die dir helfen. Wir haben hier wieder zwei. Also die Zahl zwei scheint hier interessant für dich zu sein. Vielleicht geht es bei dir auch um die Liebe oder um eine neue Verbindung oder um etwas Neues. Die Liebenden zeigen auch immer eine Entscheidung aus dem Herzen heraus. Und da wirst du halt unterstützt. Es kann auch sein, für viele bekomme ich, dass jemand auf dich zukommt, vielleicht ein Herzensmensch, jemand, der dir nahe steht und eine Entscheidung von dir fordert. Und dann wirst du dich auch entscheiden. Das bekomme ich aber liebevoll. Das kann sein, dass jemand auf dich zukommt und sagt, mir ist aufgefallen. Ich habe das Gefühl, du bist dir sehr belastet. Hör mal, gönn dir doch mal eine Auszeit. So meine ich das. Deine Sorgen, Hoffnungen, Wünsche und Ängste. Das sind die Zehn der Schwerter. Die Zehn der Schwerter ist, du hast Angst, gefangen zu sein. Also für mich, das ist so die Karte der absoluten Trennung praktisch. Vielleicht hast du auch Angst davor, dass sich jemand von dir trennt oder dass du dich trennen musst, um aus dieser Situation rauszukommen. Es ist dieses, also hier gibt es nichts mehr zu holen. Das ist der radikale Schnitt, das radikale Ende in der Situation. Und da hast du Angst vor, dass das hier so weitergeht. Du hast Angst, dass das hier kein Ende mehr nimmt, dass du dich gefangen fühlst. Und das ist so deine Sorge. Also du wünschst dir ja wirklich hier das Harmonische, die Liebe, die Sehnsucht auch nach Wärme. Ja, liebe Zwillinge, wir schauen jetzt mal, was ist das Ergebnis der Legung für euch im Oktober? Oktober, wow. Zehn der Münzen. Reichtum. Mehr Münzen gibt es hier nicht. Die Zehn der Münzen, das ist, in diesem Fall bekomme ich das wie ein Geschenk. Also es wird sich hier verbessern, es wird sich hier vermehren. Und natürlich können diese Zehn der Münzen auch immer auf die wirklichen Münzen, die Finanzen hindeuten. Aber in dem Fall, dadurch, dass wir hier keine weitere Münzkarte haben, deute ich das eher darauf, dass du wieder in deine Stabilität kommst. Dafür stehen die Münzen auch. Dass du auch wieder in deinen Selbstwert kommst und hier wieder statt Münzen eigentlich Energie auftankst. Also ich sehe da gerade wie so ein Akku, was wieder geladen wird. Ja, das ist sehr, sehr schön. Ich hätte gerne hier noch eine Karte dazu. Ja, das meine ich. Wunderschön. Dein Herz. Also es geht genau in die Richtung, wo du hin willst. Es geht in diese Liebe, es geht in die Herzenswärme. Es geht auch, dass du es fühlst, dass du die Verbindungen fühlst und dass du aus dieser Situation wieder rausgehst. Magie der Nacht haben wir hier noch als Gefühlskarte, die ich hier mal ganz gerne nutze, die Karten für die Gefühle zu repräsentieren. Und da kann es sein, dass du dich halt auch magisch fühlst, weil du halt wirklich aus der Energie rauskommst. Vielleicht durch ein Ereignis, durch Hilfe, durch einen anderen Menschen. Und dass sich das einfach wandelt. Dass sich das auf einmal, das, was du dir die ganze Zeit wünschst, dass diese Energie hier sich transformiert, dass das auch kommen wird. Und es kann gut sein, dass das etwas Magisches hat oder dass es in der Nacht passiert oder dass du etwas träumst, wie auch immer. Aber sehr, sehr, ja, also super Ergebnis der Legung. Es geht in den innerlichen Herzensreichtum rein. Wir schauen mal, was hier am unteren Kartenrand liegt. Welche Energie begleitet dich hier im Oktober? Das sind die Acht der Stäbe. Acht der Stäbe zählt auch immer für Neuigkeiten, für viele Nachrichten, viel Kommunikation, viel Austausch. Natürlich auch viel, was auf dich zukommt. Das liegt ja auch hier. Du trägst ja hier auch eine gewisse Last. Aber das ist so diese Energie. Es kommen ja auch positive Nachrichten und es wendet sich ja schon. Und ich bekomme das hier tatsächlich auch als Hilfe und Unterstützung, vielleicht sogar von mehreren Menschen oder von einer Gruppe, Familie, Freunde, wie auch immer. Also eine sehr, sehr schöne Energie. Und wieder aufbauend. Ich bekomme das als aufbauende Energie, die dich hier begleitet. Okay, dann für dich bitte eine Überschriftskarte für den Monat hätte ich gerne für die Lieblingsvergänger. Was ist denn hier die Überschrift? Sorgfalt. Das passt ziemlich gut, wie ich finde, weil du hier sorgfältig mal überprüfen solltest, wie du aus dieser Abhängigkeit, aus diesem Negativen rausgehst. Welche Bereiche in deinem Leben dir Energie ziehen und ja, dass du es mehr eingrenzt und wirklich sorgfältig mal auf dich und deine Situation, dass du einfach mal drauf schaust und gerne auch auf dieser Vogelperspektive, dass du einfach mal nutzt und einen Blick auf dein Leben fällst, schaust. Ein Rat der geistigen Welt für die Lieblingsvergänger. Das ist der Ankerus, das nehmen wir nicht. Ein Rat des Universums für die Zwillinge, für den Oktoberwitzel. Da bekomme ich das Stopp rein. Ei, Chaos. Okay, das ist der Rat für dich. Storm Spirit. Sturm. Sturm gehört zu Luft. Luft ist dein Element. Es heißt hier eigentlich, man sieht es nicht gut, aber ich glaube, hier ist ganz vor der Kisteus abgebildet und das ist die Energie vom Herrscher. Und für mich hier der Hinweis, den ich dir weitergeben darf, der Rat ist hier, sei Herrscher über das Chaos. Gib dich dem Chaos nicht hin. Du schaffst das alles und sei wirklich, sei stark, aber setze auch Grenzen und mache dir das Chaos vielleicht zum Nutzen. Das ist der Rat, den ich hier für dich bekomme. Liebe Zwillinge, alles, alles Liebe für dich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Oktober. Mache das Beste draus. Es wird ja eine schöne Entwicklung werden. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Vielleicht macht es Sinn, wenn du die Legungen zu Beginn in der Mitte und am Ende dir nochmal anschaust, um abzugleichen, was letztendlich hier auf deine Situation passt. Ich bedanke mich und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut.